So, Loch Nummer fünf. Tim immer auf drei vor. Der ist jetzt ein bisschen trickier hier. Tim spielt gerade wieder Handy. Die Frage ist, was kann man da machen? Ja, also im Zweifel ein Hole in One. Ja, aber ich bin nicht ins Raff. Egal. Ich glaube, ich spiele sicher im ersten Mal. Ich glaube, es war die beste Option. Safe-Varianten gibt es nicht. Hier wird geklappt. Ich glaube, das ist ein Raff, Tim. Ich habe ihn irgendwie im Himmel verloren. Das ist aber auch so. Aber ich sehe ja nichts. Das steht in seiner Konzentration. Er darf nicht gestört werden. Die Zuschauer jubeln. Er holt aus. Vor! Ja. Frei. Zufrieden? Äh, nein. So darf man das im Raff machen. Jetzt verstehe ich das. Gut, dann kriegt sie auch aus dem Raff, wenn ich alles drumherum wegstoche. Ja, nein. Ich muss mir ja Platz verschaffen, weil ich schlafe. Na ja, jetzt gebaut er ein Dritter. Oh nein. Ja, Wind, Wind. War da Wind? Ja. Hab ich falsch berechnet. Der Finger ist nicht so ganz zuverlässig. Der war schön, ey. Der war echt stark. Irgendwo muss hier wohl ein Maulwurfhügel gewesen sein. Fünf? Fünf. Fünf an der Fünf. Ich bin zufrieden. Weil du kannst maximal jetzt deine Vier machen. Dann verliere ich maximal einen. Und das war sie nicht. Sie ist zu weit. Sie ist zu weit. Oh! Starke Fünf. Starke Fünf. Schau mal, der Klubka. Hol mal, der Klubka. Aber bitte in einem Marschschritt. So, also, Tim jetzt immer noch drei vorne. Ja, ich fange mal an. Ich nehme mir mal das, ne? Achso, stimmt. Nimm es dir mal raus. Wichtig ist bei dem Sport der richtige Griff. Mit der linken Hand hier oben schön. Und mit der rechten hier schön unten. So. Weil so hat man den perfekten Griff für so ein Ding. Oh, bitte. Der war halt echt tatsächlich nicht schlecht. Alter, was war das? Der wäre ja bis nach Meppen Süd geflogen. Wer hat den Baum dahingestellt? Der stand da gerade noch nicht. Ach man, der war echt schön. Der war echt schön. Ja, schön. Kann ich mir nichts von kaufen, wenn der am Ende so ist. Genau, geh ins Caddy, die Schämen. Und fahr langsam. Mein Freund. Bevor du hier noch einen Unfall baust. Ich weiß nicht, ob der Wagen auf dich versichert ist. Pass auf meinen Ball auf. Der ist gleich im Loch. So, jetzt da. Genug geschehen. Jetzt muss man prämieren. Br-br-br-br-br-brime. Ich fühle mich gerade wie so ein Mie-Männchen auf einer Wie. Ja. Wee-sport, wee-sport. Ach komm ey. Jetzt, jetzt, jetzt. Stopp. Steh durch. Nee. Nein, muss man nicht. Ach so. Ach komm. War der dritte, ne? Ich weiß nicht, ich habe gerade nur so einen kleinen Getränkegeschmack schon im Mund. Vierter. Darfst du mal. Möchtest du mal eine kurze Pause machen? Ich möchte eine Pause. Hast du ja auch schon ausgepowert. Achtung, Tim, da vorne sind Steine. Die blende ich aus. Hey! Hey! Das Golfkar hilft. Das war euer zweiter. Warte mal. Was? Was? Oha. Das war dein dritter, ne? Ja. Du kommst jetzt zur 5, ne? Ja. Ja. Oh, Alter. Das war eine starke 5. Der war, der war richtig gut. Der war richtig gut. Ja. Dafür waren die anderen 4. Aber scheiße. Ja. 6. Schön. Ich komme noch zur 4. Ja. Ich kann den Druck mit der Kamera nicht standhalten. 7. 7. Noch 2 vor. Ja. Fuck. Ich muss das Ding irgendwie nach Hause fahren. Also gehen. Aber. Vielleicht muss man den schon ein bisschen winkliger halten. Dann geht der vielleicht höher. Ja. Bestimmt. Pass auf. Hey, falsches Loch. Hallo. Aber ich bin mit dem ersten da sauber drüber. Ich habe den jetzt tatsächlich einfach mal so ein bisschen mehr gehalten. Also so. Doch, fast. Das ist mal das Niveau. Ich kriege langsam Angst vor unserem eigentlichen Niveau. Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht soll ich die Sportart wechseln. Tennisgolf. Ja. Oder einfach allgemein holen. Ah. Oh, er liest die Linie. Aha. Okay. Ich glaube, er hat sie gefunden. Ich gehe lieber mal aus dem Weg. Das spielt es aber auch clever. Das spielt es aber auch clever. Wir gucken, ob er cleverer ist, wie es noch zuvor. Jawoll. Ja. Oh. Er brav. Auf weiter. Alter. Was war das? Das war ein Schmetter. Hochaggressiv. Ja. So richtig. Die sind bekannt für ihre. So ein Stechschmetterling. Die sind bekannt für ihre Attacken auf Menschen. Also das ist ärgerlich. Der war nicht schlecht. Ja. Da habe ich wieder meinen 3er Vorsprung. Noch zwei Löcher. Ja. Ich muss sagen. So lala war das jetzt gerade. Tim mit seinem ersten auf Bahn 8. Das war ganz schön weit. Halt die Maul, ey. Das war stark. Ganz schön weit, ey. Ja. Wenn ich überlege, was wir uns am Anfang zurecht geguckt haben. Ja. Und was für Schläge rauspacken, Alter. Aber ich glaube mit so ein bisschen Training. Ich glaube halt echt. Und deshalb glaube ich es auch nicht verkehrt, dass wir mal zum echten Golf nochmal übergehen. Ähm. Schauen wir mal. Aber es sieht gut aus. Was sage ich, wenn der Ball im großen Loch liegt? Pst. Oh, jetzt brauche ich meine Konzentration. Okay. Mann! Ja, wobei wir beide mit dem zweiten diesmal echt gut gucken. Guck mal. Wir liegen schon auf dem Green, ey. Oha. Ja, hier. Glaubst du, das liegt an deinem Style? Ne, ich mach das immer doch nicht. Vier. Okay. Immer noch drei vor. Wie sicher glaubst du dir jetzt, dass du das Ding hier gewinnst? Wir haben noch ein Loch, ne? Ich hab noch zwei Schläge, um zumindest auszugleichen. Und am letzten mal eine richtig lange Bahn. 100 Prozent. Ja, ja. Ich hab gewonnen. Ha! Wir können schon, aber wir brauchen gar nicht mehr weiterfilmen. Schade. Der libt aus. Egal, okay. Drei vor. Seid ihr gegönnt. Jetzt hau richtig einen raus, Brudi. Jetzt hau mal so richtig einen raus. Letzte Bahn, Bahn 9, Tim. Drei Schuss Vorsprung. Also nochmal für euch. Hier hinten ist das Loch. Da ist Tim. Das ist eine Bahn, da kann noch mal recht viel passieren. Ja, sein Stand verrät schon einiges. Ich glaube, ich muss mich in acht nehmen. Ändere die nochmal ein bisschen. Ja. War gar nicht so schlecht. Loschi mit einem starken Flachpass. Nein! Ja, okay. Das war dein Sieg. Also Press vorm Baum geht auch. Das war dein Sieg. Meinst du, ich muss jetzt eigentlich nur sicher runter spielen im Bums? Ja. Ein richtiger Golfer denkt nicht lange nach. Der tut einfach. Vor! Alter! Da ist mir zu drei da hingelöffelt. Oh, vier zu weit. Ganz ehrlich, mit der Geschwindigkeit machen wir die scheiß Abschläge. Okay, komm. 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 Du hast gewonnen. Ja. Sieben. Tim zur drei. Heile die Maul. Stark. Richtig stark. Final Cut. Starke vier. Somit. Tim. Die Tränke geht an dich. Hast du stark gemacht. Ja, das war mir von vornherein klar. Ich habe am Anfang nur so ein bisschen gedacht, ich nehme die Last von dir. Ein bisschen dran schnuppern lassen. Dann einmal richtig wegschießen und dann fährst du dir nach Hause. Okay. Machen wir noch ein Deal? Welchen Deal? Um ein zweites Getränk oder egalisieren, wer den längsten hat, jeder hat fünf Schüsse. Wer den längsten hat? Ja. Schuss. Ja, dann können wir machen. Klar. Ja. 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 anchor. Ja. Ja.